In dem Video stelle ich dir meine sechs Lieblingsfunktionen beim Google Ads Editor vor. Es gibt jetzt den neuen Google Ads Editor, in dem schauen wir uns das Ganze mal an. Hi, Carlo hier, dein Digital-Experte. Wie besprochen geht es in dem Video um den neuen Google Ads Editor. Den gibt es seit Anfang 2019. Der hat viele, viele tolle neue Funktionen. Viele Funktionen gab es in der älteren Version auch schon, aber der neue hat nochmal ein besseres Design. Kann solche Sachen wie Cross-Account-Management, dass ich also in einem Fenster mehrere Accounts gleichzeitig parallel bearbeiten kann. Das ist eine supergeile Funktion. Ich zeige dir meine sechs Lieblingsfunktionen. Wir schauen uns das alles am Computer direkt an. Wenn du mehr zum Thema Google Ads wissen möchtest, dann abonniere den Kanal. Dort kommen regelmäßig Themen wie Google Ads oder Online-Marketing-relevante Themen online. Und sonst, wenn du Fragen hast, gerne in die Kommentare. Ich beantworte alle. Okay, dann schauen wir uns doch mal meine Top 5 Änderungen an, die es letztendlich hier beim neuen Google Ads Editor gibt. Das Erste, was mir bei dem neuen Editor super, super gut gefällt, ist natürlich die Suchfunktion, die Google jetzt endlich, ich meine, das ist ja Googles Steckenpferd, Suche. Und was mir hier echt gut gefällt, ist, dass wir hier oben eine Suchfunktion haben. Wir haben hier eine Suchfunktion, die hatten wir zwar vorher auch schon. Wir haben hier nochmal die Filterfunktion und hier auch nochmal die Felder-Suche. Und das hier drüben, die Felder-Suche, funktioniert echt gut. Und auch bei allen anderen funktionieren die Suchfunktionen wesentlich besser, was eigentlich die Arbeit mit dem Editor noch viel, viel entspannter macht. Und ja, einfach auch schneller selbst in der Arbeit, in der Optimierung der Kampagnen. Das ist Nummer 1 gewesen, also die Suchfunktion. Und dann ein Trick, der hat zwar nicht mit dem neuen Ads Editor zu tun, aber ich liebe diese Funktion. Und zwar ist das hier unten bei Verwalten. Da können wir hier auf die drei Punkte klicken. Und dann gibt es hier leere Typen ausblenden. Jetzt mal schauen, was hier in dem linken Bereich passiert. Es sind auf einmal viel, viel weniger, wir können das mal hier alles klein machen, viel, viel weniger verschiedene Punkte sichtbar. Das ist jetzt hier nochmal wählen. Dann sehen wir, wie riesig das hier eigentlich wird, besonders hier bei den Keywords und Ausrichtungen, was wir alles hier an Kram drin haben, den wir gar nicht brauchen letztendlich. Und das ist sehr, sehr gut. Das gab es aber auch schon davor. Einfach nur vielleicht nochmal so als Hinweis. Dann eine super tolle Funktion. Die gab es ganz zum Schluss beim alten Editor auch schon. Gefällt mir jetzt aber besser. Und zwar, wenn man hier bei Verwalten reingeht und dann, hier sieht man es auch schon, aber wenn man jetzt hier Regeln eintippt, dann gibt es hier benutzerdefinierte Regeln. Und die sind wirklich, wirklich gut. Das ist zum Beispiel weniger als vier Sidelinks Erweiterungen. In ihrer Suchkampagne sind weniger als vier Sidelinks Erweiterungen erhalten. Und dann kann man hier die Kriterien erstellen. Man kann sagen, Status, beendet oder entfernt. Soll nicht genommen werden, weil es ein Minus dran. Kampagnen, Typ Suchnetzwerk. Und dann können wir hier wirklich sehr, sehr tolle Regeln erstellen. Und könnten auch sagen, dass wenn diese Regel nicht gelöst wird, dass man gar nicht hochladen kann. Kann man sich hier direkt Verstöße anzeigen lassen. Und das sind die eingebauten Regeln. Man kann sich hier natürlich dann noch ganz viel weitere eigenständige Regeln bauen und so natürlich sehr schnell den Account kontrollieren. Und ich meine, das ist jetzt hier mein Testkonto. Was haben wir denn hier? Hier ist ein großer... Die Anzeigengruppe enthält keine Anzeigen. Genau. Und jetzt haben wir hier irgendwie knapp 47.000 Anzeigengruppen, die halt keine Anzeigen erhalten. Und dann könnte ich mir jetzt die Verstöße direkt anzeigen. Das würde er dann über einen Filter machen. Und dann kann ich genau diese Anzeigengruppen sofort bearbeiten. Also das ist auch aus der letzten Version vom Editor schon eine Funktion gewesen, die super, super hilfreich ist. Wenn man das dann erweitert, kann man sich sehr, sehr viele tolle Regeln und Warnungen letztendlich erstellen. Und auch gewisse Themen beispielsweise verhindern fürs Hochladen. Dann generell neuer Editor, neue Funktion ist dieses Paneel hier zur... Ich zeige das mal hier ein bisschen anders vielleicht noch. Was nehmen wir denn hier? Keywords. Ist dieses Paneel zur rechten Seite. Das war vorher hier unten. Und das ist jetzt rechts. Und es ist in meinen Augen wesentlich einfacher und verständlicher zu verstehen, als es das vorher war. Ich habe hier die Möglichkeit, direkt zu den einzelnen Kategorien zu springen. Ich habe hier die Suchfunktion, wenn ich hier also irgendwas nicht finde. Anzeigengruppenebene kann ich mir letztendlich hier dann natürlich... Natürlich dann auch nochmal... Haben wir das Budget... Anzeigen lassen und anpassen. Und ich komme, wenn ich beispielsweise hier was suche, ROAS, dann zeigt er mir genau gleich das richtige Feld an. Also dieses Paneel hier rechts, was von unten nach zur rechten Seite gewandert ist, ist extrem hilfreich. Es hilft extrem schnell, verschiedene Accounts zu bearbeiten. Und was auch noch ein tolles neues Feature ist, und zwar wenn wir hier mal in die Kampagne gehen, dann gibt es hier eine Funktion, die können wir uns hier anzeigen lassen, bei Spalten anpassen, die heißt Empfohlenes Budget. Und dann sehen wir sie hier. Das ist natürlich jetzt hier nur eine Testkampagne. Aber dann sehen wir hier gleich in dem Editor selbst schon das empfohlene Budget, was letztendlich für die Kampagne eingesetzt werden sollte. Und das ist natürlich echt ein tolles Hilfsmittel, um hier schneller letztendlich die Budgets vernünftig zu verteilen. Dann natürlich auch nochmal, was wirklich, wirklich cool ist, ich kann hier auch auf Kontoebene hochgehen und dann natürlich auf Kontoebene selbst verschiedenste Accounts gleichzeitig bearbeiten. Das ist sozusagen mein letztes großes Feature, was ich hier echt super finde bei dem neuen Editor, dass ich letztendlich Änderungen auch direkt gleich auf Account-Ebene vollziehen kann und durchführen kann. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Lass einen Daumen nach oben da, wenn dem so war. Abonnier den Kanal, wenn du es immer noch nicht gemacht hast. Ich wünsche dir viel Erfolg mit Google Ads und dem Editor. Es gibt auch noch ein anderes Video, da erkläre ich den Editor insgesamt und allgemein. Schau dir das gerne nochmal an, findest du alles auf meinem Kanal. Bis bald und viel Erfolg.